Jetzt mal ein Video der ganz anderen Art und zwar eine Promote-Aktion. Ja, ganz richtig gehört. Auch ich kann auch hin und wieder mal so ein Video machen. Zwei Leute will ich unterstützen und deswegen erwähne ich genau diese beiden jetzt. Und zwar handelt es sich einmal um Paper Mario 94, jemand der Nintendo und PC Games zockt. Also auch Mario-Hacks und PC Games, was weiß ich, Minecraft und sowas und auch Paper Mario auf dem Emulator. Nein, der macht das natürlich richtig gut. Hin und wieder gibt es auch SMW-Contests. Für die, die es nicht wissen, was es ist, man schickt seinen Hack an den und dann macht er so eine Art Turnier draus. Und auch an sich spielt er gerne mal Hacks, die ihr ihm zusenden könnt, solange sie lang genug sind. Also kein kurzes Zeug. Und auch geplant bei ihm sind New Super Marlboros Wii-Hacks. Das ist echt geil. Bei mir ist sowas übrigens auch geplant. Also schön auch bei mir gucken. Und außerdem gibt es bei ihm Tutorials zu SMW-Hacks. Also da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich bin jetzt nicht der Super-Hacker, sondern er. Also müsst ihr bei ihm vorbeischauen, weil er hat auch gute Hacks bis jetzt zustande gebracht. Also findet ihr alles auf seinem Kanal. Das war ja das erste Mal zu dem. Und dann hätten wir uns den DJ New Style. Oder auch TDN, damit das noch viel cooler klingt. Jemand, der auch viele SMW-Hacks spielt. Oftmals auch zu zweit. Und auch Horror-Games wie Amnesia, Penumbra. Und er macht auch Rom-Hack-Reviews. Was ist das? Ja, mal wieder schickt man ein Hack an ihn. Und er reviewt den dann sozusagen. Sagt dann, was ihm gefällt. Und was weiß ich. Auch so Fehler und so. Der gibt einem auf jeden Fall Tipps, damit man es in Zukunft besser macht. Dadurch kann man einfach nur das Hacken besser lernen. Und außerdem hat er noch eine coole Aktion, wo er kleinere Let's Player promotet. Also dann sagt er, ja, ich promote heute den und den. Also wirklich kleinere Leute, die so unter, ich weiß gar nicht, 100 Abonnenten fallen. Auf jeden Fall macht er, ja, ich promote den und den. Und dann darf derjenige selber nochmal so ein kleines Vorstellungs-Intro-Video so machen. Eigentlich eine coole Aktion. Die Channels seht ihr, ich denke mal, auf dem Video. Ansonsten in der Beschreibung denke ich auch noch. Also könnt ihr auf jeden Fall nicht verpassen. Feine Kerle, schaut vorbei, abonniert. Also bis dann.